Wir wollen ein jahrtausend altes Erfolgsrezept in die moderne Küche bringen. Frisch gemahlenes Mehl ist reich an Inhaltsstoffen und Aromen. Das Leitprodukt von Werkstück ist die Millenia, eine völlig neue Generation von Haushaltsgetreidemühlen. Wir wollen eigentlich das vor den Fokus stellen, dass Menschen mit Behinderung solche Dinge produzieren können. Und um was geht es? Kann man dir herzeigen, wie das funktioniert? Ähnlich wie eine Kaffeemaschine. Man stellt da den gewünschten Mahlgrad ein, stellt die Waage auf Null, füllt entsprechend viel Kron rein, was man vermahlen will, und drückt auf Stab. Was kostet denn die Mülle? 779 Euro kostet die elektronische mit Waage. 449 Euro kostet die mechanische. Damit wir uns jetzt gleich verstehen, möchte ich meinen Kollegen einen Vorschlag machen. Ihr kriegt so 100.000 Euro im Bar zur freien Verwendung.